Gerhard Racholt war ein deutscher Schauspieler, Leben und Werk. Nach seinem Abitur und einer Schauspielausbildung begann er 1947 als Bühnendarsteller auf einer Bühne in Weimar. Ehe er über Engagements auf Bühnen in Stolberg, Stassfurt, Krimitschau, Erfurt 1954 nach Berlin kam, wo er bis 1960 zum Ensemble des Berliner Theaters der Freundschaft angehörte. Von 1960 bis 1967 gehörte er zum Schauspielerensemble der DEFA, gefolgt von einer jahrzehntelangen Tätigkeit am Kleisttheater Frankfurt. Parallel zu seiner Bühnentätigkeit spielte Racholt auch in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen der DEFA und des Fernsehens der DDR mit. Sein Filmdebüt gab Racholt 1956 in Janosch Veitschisch Film Zwischenfall in Benderath. Es folgten zahlreiche andere Filme und auch Filmgenres, darunter sogenannte DEFA-Indianerfilme sowie Kinderfilme, vorwiegend unter der Regie von Rolf Losansky. Nach dem Tod seiner Ehefrau wählte Gerhard Racholt am 18. Mai 1993 den Freitod. Filmografie 1956 Zwischenfall in Benderath 1957 Berlin-Ecke Schönhauser 1957 Sheriff Teddy 1958 Der Tod Berlin 1960 Seilergasse 8 1961 Das Kleid 1962 Das Grüne Ungeheuer 1962 Die Schwarze Galere 1962 Die aus der 12 B 1963 Jetzt und in der Stunde meines Todes 1963 Der Boxer und der Tod 1964 1964 Viel Lärm um nichts 1964 Die Goldene Gans 1964 Als Martin 14 war 1965 Der Reserveheld 1966 Der Staatsanwalt hat das Wort Der Rosenkavalier 1966 Die Söhne der Großen Bären 1967 Kriminalfälle ohne Beispiel Der Falte Morinelt 1967 Der Revolver des Korporals 1968 Hauptmann Florian von der Mühle 1968 Die Nacht im Grenzwald 1968 Heroin 1969 1969 Moor und die Raben von London 1971 Osgeola 1971 KLK an PTX Die Rote Kapelle 1972 Schwarzer Zwieback 1972 Die Bilder des Zeugen Schattmann 1972 1972 Polizei Ruf 110 Ein bisschen Alibi 1972 Siegse kommen durch die Welt 1973 Das unsichtbare Visier Erste Teil Der Römische Weg 1973 Das unsichtbare Visier 2 Teil Das Nest im Urwald 1973 Das unsichtbare Visier 3 Teil Das Wasserschloss 1974 1974 Ulzana 1975 Das unsichtbare Visier 8 Teil Mörder machen keine Pause 1975 Das unsichtbare Visier 9 Teil Sieben Augen hat der Pfau 1977 Ein Schneemann für Afrika 1981 Der lange Ritt zur Schule 1990 Abschiedsdisco Hörspiele 1962 Gerhard Stübe Das Südpol Denkmal Regie Fritz Göhler 1964 Martine Monod Normandie in Jemen Bearbeitung und Regie Fritz Göhler 1967 James Fennemore Cooper Der letzte Mohikaner Regie Dieter Schaffenberg 1967 Siegfried Pfaff Regina B. Ein Tag in ihrem Leben Regie Fritz Ernst Fechner 1970 Horst Bastian Deine Chance zu leben Regie Detlef Kurzweck 1973 Otto Marquardt Chile im September Regie Horst Liebach readiness Denkmal Deine Verst Fungil Ferie Ali Deine Deine Ents Vielen Dank.